Jemand mit so einer Figur kann doch im Gesundheitsmanagement nicht arbeiten, das passt doch nicht zusammen. Oder kann der sich nicht disziplinieren, der soll einfach weniger machen oder sich mehr bewegen. Und das ist es nicht. Es kommt ja darauf an, was man reinbringt. Und ich denke, ich mache einen sehr, sehr guten Job in dem, was ich mache, weil das mache ich wirklich mit vollem Herzblut. Ich bin Sönke, ich bin lebenslangen Coach beim PME-Familien-Service. Ich mache mit bei der Kampagne Dick im Geschäft, weil das ist völlig egal, wie man aussieht, welche Figur man hat. Man kann seine Kompetenz voll in das einbringen, wofür das Herz wirklich pocht. Jetzt mal ganz ehrlich, Body-Shaming ist voll so. Body-Shaming ist echt so. Und wenn du mehr zu bieten hast, dann komm zu uns zum PME-Familien-Service und sei dick im Geschäft. Okay. Und wenn du mehr zu bieten hast, dann komm zu uns zum PME-Familien-Service.